nein aber bitter h sem darauf überhaupt jetzt du Warum bist du einfach völlig lustlos, dass du mit der Chemo... Oh, hab ich die Luna direkt getroffen. Du Drecksackeres, ich wollte doch noch in Ruhe zielen. Ja, wenn da aber abbricht, haben wir da wieder die Verbindungsprobleme. Jetzt müssen wir sie schon mal durchziehen. Ja, scheiß auf die Map. Ich hab Waffen, aber ich hab keine Munizieren. Cool. So gegen Fahrer und Autos. Das ist gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, dann hier auch. Mh, meins. Alter. Wieder gejagt. Siehst schon wieder jemanden. Digi-Tipp, Mann. Oh, wer war das Schauschützen, dieser Onkel? Nein, ich hab keinen Schauschütziger. Warum bitte ich denn das immer? Wer kriegt denn das sowas? Also, Panzerfaust darf jetzt nicht mehr, oder was? Ja, das ist gut zu mir, da ist egal. Das ist nur ein Mieter. Ich hab erstmal kurz durchs Rad gescrollt, bis ich meine Waffe hatte. Läuft. Wollte ich gerade erschießen, da explodiert er. Ja, ich hab, ich hab Granatwerfer. DGZ, Alter. Boah! Du standst da. Ja! Ich find das so geil, ich find das so episch, wie die Gardawer wegfliegen. Oh nein, da kommt schon wieder eine Rakete auf mich zu. So, du bist ausgeriegen. Ja, irgendwie. Fudels. Ausgesprungen um. Oh, weggesprungen. Ja, das ist gut, das sehen Sie doch von mir. Der Einflug, ey. Nein! Ich raste voll aus hier. Komm mir irgendwie schlecht vor, wenn ich auf Luna schieße. Tchiii. Ja, das ging auch nicht so. Musste ich jedes Mal entschuldigen. Alter, selbst der Reifen ist immer übergeblieben. Oh, scheiße. Die scheiß Pistole, ich wollte dich. Alles, was bleibt, war der Reifen. Sorry. Oh, se. Och, komm, ey. Was? Animal. Desaster. Respekt an alle, die durchhalten. Nein. Gar Max, du musst sterben, Gar Max. Nein, ist es. Ja, ich musste ihn töten. Super nett, super nett. Die Map ist scheiße. Ja, ist doch in neun Sekunden vorbei. Nein. Du machst es aber noch schlimmer. Ja. Ist doch gleich vorbei, in zwei Sekunden. Und schließ mich vorbei. Ich muss, ich muss... Dieak! Ne, Zweiter, scheiße. Dritter. Wer hat denn gewonnen? Aktiv, Aktiv. DGZ-Water. Ja, auch. GZ-Water. GZ-Water. Was? Vierter bin ich. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Vierter. Wo wurdest du denn jetzt Achtter, Alter? Gerade eben noch die meisten kippen. Achter, Alter, du bist ja auch schlecht. Alter, Gar Max. Du bist ja auch schlecht, Alter. Ich? Panzerweiß? Ich hab die Panzerweiß gar nicht mehr benutzt. Geil. Du warst ne Scheißkacken. Alter, du siehst aus X-Zone. Da gehst du ja erst mit deinem Herzen. Du siehst aus wie Obi-Wan Kenobi, ja. Ach. Chris, wie geht's dir so? Gut. Du verstärkt, Alter. Aber die Hütte war scheiße. Geht's dir gut? Ja. So. 3, 2, 1, Spiele. Wolltest du jetzt mitspielen? Ich krieg ihn ja nicht gewappt. Krieg ihn mal hin. Soll ich dir ne Pizza bestellen? Ne, ja bitte. Ricklinghausen, ne, da wohne ich. Da schickst du den Tisch. Jetzt fehlt, ich hab den Namen immer noch nicht rausgeklebt. Labyrinth hier. Labyrinth. Labyrinth. Oh nein, die ist so kacke. Die ist richtig gut. Boah, Leute, da sind auch Sprengwaffen, Granaten. Aber ne, wenn's geht, dann im Labyrinth gleich. Oh Gott, oh Gott. Mobileplayer62 möchte seinen Namen lauter hören scheinbar. Sein was? Mobileplayer62. Der Kanal, den müsst ihr euch ansehen. Das wird er wahrscheinlich hören. Oh, der Obi ist ein Cheater. Genau. Was? Am besten Mobile draufgehen auf den Kanal. Ja, genau. Gib Mobile ein. So seid ihr bereit, Alter? Das ist keine Einschießdroge. Ich bin breiter. Ready to töten. Sagt ich. Ja. Exona. Exona ist aber sehr penetrant hier. Vielleicht möchte er ja von Chrisplay erwähnt werden. Ja. Den hab ich schon fünfmal erwähnt. Jetzt reicht's ja. ADS wird wirklich unterstützt. Mann. Sag noch mal den Namen. Bereit zum Spielen. Der Web war ich gut, ey. Ja. Die ist, die ist geil. Die ist geil. Ich glaub das Spiel einfach runter. Hab ich was anderes gesagt? Er schaut mit 92. Das ist ja egal. Was, er schaut mit 92? Wird gewarnt. Er hat 92 geschrieben. Mh, mit Stromschänden. Yay. Oh yeah. Kannst du öfters abends streamen? The Animal Disaster möchte gehen, dass du öfter abends streamst. Sie meinen einfach gegenüberspawn. Versteh ich gar nicht mehr rum. Mann, die hören mir auch gar nicht zu. Also ich bin in TS mit drin, aber die hören mir gar nicht zu, Leute. Also, das ist, was ich hier gerade laber, ist... Lass uns quatschen. Äh, wie schlägt man noch mal, liebe Freunde? Einfach nah rangehen und schießen. Dann schlägt der automatisch, oder was? Ja. Oh, okay. Auf wen, auf wen, ich wollte nicht gucken. Ah, fuck. Bin ich jetzt erschrocken. Weil ich nämlich, äh... Oh, das wollte ich mich gerade ausschlagen. Kann man da gar nicht auswählen, oder? Das kann man erst auswählen, wenn ich Twitch-Partner bin. Und ich werde nur Twitch-Partner, wenn ihr öfter guckt. Wie denn? Sieht mich doch gar nicht. Lass doch mal Chris aussprechen, Kollege. Hab ich gesehen. Schrei doch nicht so. Au! Wer schießt denn nach? Oh, genau jetzt lädt er nach. Du bist ja gar nicht im Labyrinth. Was soll das? Boah. Ab ins Labyrinth. Ja, super Onkel. Geil. Boah. Die Scheiße ist, jetzt müsste ich Mucke ausmachen. Im Labyrinth brauche ich... Brauche ich zauen. Alter, ich höre Explosionen. Da hat einer die Granaten gefunden. Terror in the deep. Alter, ich bin... Ich hab mich grad verlaufen im Labyrinth. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich bin... Ach, Gott. Ich... 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 Ich hab auch gedrückt. Ob du überhaupt mal einer gehst. Ich... Ich... Und dann der Sabri, der schreibt... Chris ist so müde. Schön, dass du eine Rolle gemacht hast. Ja, ich musste... Ich hab nachgeladen. Ich... 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 Ich musste mal. Ich musste mal. Natürlich. Aua. Chris sag mal... Chris sag mal rausstehen. Ach, ich treff nicht mehr. Ja. Ich... x5 12 Stunden, und so. Ach, ich hab aufgeschossen. Du sagst doch nicht. Du sagst vor uns mal richtig kaputt. Was mache ich an 24 Stunden? Holli, es war mein... gegnerisches Hihi. Jetzt sag ich mich nicht nicht. Ja, würde ich einen Tag vorher Zeit ins Bett gehen. Also, sie sehen die auch im Stream. Bei sieht noch Zeit sind es nicht aus. Ja, nur wenn du dich sonntags arbeiten muss. Als... Als... Als Let's Player Zeit ins Bett gehen. Aha. Ich weiß ja auch... Ich weiß ja auch nicht wie hier draußen wenn er fertig ist. Da hab ich ihn umgeahnt. Wir fangen doch jetzt. Oh nein! Der war das DGZ mit Helm, ne? Oh, Granate! Btev! Sogar noch länger. Alter, Dale, ich schmeiß mit Granaten! Ich friss die Granate! Oh nein! Oh nein, du Drecksack! Boah, mich hat voll die Granate durch. Ja, ich hab mich voll auf seine Granate gesetzt, ey. X, X. Gamer LP X, X ist froh dabei sein zu müssen. Ey, danke, dass ihr mir die 10 Cent da liegen lasst. Oh, oh, Onkel jagt mich schon wieder. Wir waren nur! Ab ins Labyrinth, du! Bin hier gespawnt! Nicht mal bis ins Labyrinth. Was ist das denn? Man, der Ixona ist ein großer Fan von dir, Chris. Oh! Er wird auch früher für dich schlafen gehen, wenn du einen Stream ankündigst. Oh! Was, echt? Aua! Jawoll! So mag ich das. Was, wenn er einen Stream ankündigt, geht er eher ins Bett? Was? Ninja! Ja, damit er länger gucken kann! Das schließt! Highlight der Woche! Das ist so ne schöne... Ich sollte vielleicht auch mal streamen, ne? Ich bin gerade... Also, so ne Nachrichten tun mir den Tag auch was süßen, muss ich sagen. Auf jeden Fall GTA! Ich brauche ne andere Waffe! Schrot ist doch scheiße! Schrot ist geil! Vor allem mit Barbarin! Das Beste! Marius freut sich auf den... äh, 50k Stream! Wenn der Fan 20 Stunden geht, so... Bin ich in Amt! Bin ich in Amt! Da braucht aber viel der Bull, der Junge! Ah, viel der Bull! Ey, keine Schleichwerbung! Ja! Stirb! Nein! Aber ich sag euch eins! Der Christel hält da durch! Der kostenlose Schleichwerbung! Also, den 10 Stunden kriegt der auch nie! Krieg ich auch! Verspreche ich! 100%ig! Weil ich 10€ wett! Oh, ich treff nicht! Heroin und ähm... Alter! Ruino-Speed! Intra... Ähm... Was denn? Intravenös! Zweimal komplett die Packung reingeschossen in den Chris Player und der... macht mich trotzdem! Der geht ab! Der geht ab! Der ist halt müde und weicht in den Schüssen aus! Genau! Was? Müde und weicht in den Schüssen aus? Hä? Das stimmt doch! Aber kein Scheiß! Der, der... Ja! Das gibt's! Der hat nur Spiele gespielt, die mega anstrengend sind, ne? Das ist wirklich schwer! Mach das mal 12 Stunden! Das ist echt hardcore! Dieses Agio, das war echt! Na Agio, ey! Ich hab das ja mitgespielt! Das war nicht so gut! Das war... Das geht voll auf Augen! Das geht voll auf Konzentration! Das ist heftig! Wird aber auch geleckt wie Sau leider! Ja! Ja! Und dann noch dazu! Genau bei Survival of the Fittest hab ich mal kurz reingeguckt! Da saß die ganz schön zerschmettert aus! Also Chris! Ja, aber man die ganze Zeit immer mit der Sache ist, ne? Fand ich gar nicht! Ja, der muss nächstes Mal auch Pausen einbauen! Ach, Pausen ist überbewertet! Haben wir doch hier mit eurem Connecting-Problem! Ja! 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 Oh! Ich hab' keine Waffe mehr! Muss ich sagen! Ja! Jetzt hört mal auf rumzuschleimen! Ja! Wir wollen nicht ablenken, Kollege! Chris! Was hast du so gut gemacht, Chris? Chris! Ich gewinne nichts dafür für die Schleim! Oh! Ich feuchte noch mal meine Zunge an! Und dann... Ah! Oh Gott! Die Runde ist echt kacke! Ich freu mich noch auf andere Maps! Das ist geil! Das ist geil! Ich höre ein Motorrad! Es kommt schon wieder jemand mit dem Motorrad! Ich werd' nicht mehr! Mann! Motorrad! Am besten im Labyrinth! Ja! Das war geil! Das ist ja klar! Gamer X! Oh nein! Und ich treffe mich! Nein, 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 nein! Ich muss nachladen! Was hältst du aus, Alter? Oh! Ich hab'n Lob bekommen! Ich hab'n Lob bekommen! Mann! Ey, du hast drei Stammplatten! Von Hunting Stone! Der Typ, der die Kombis vorliest! Danke dir! Danke aktiv! Von mir! Von dir! Ja! Der Typ, der die Kombis vorliest! Der Typ ist ja Hunger! Der heißt Tim, der Typ! Nein! 3-2-1-Spiele! Guck mal auf seinen Kanal! Es ist alles frei und privat, weil wir Kumpel sind! Deswegen mach' ich das einfach so! Und ich, ich hoffe... Kette bekomme, ob mein, mein geschissenen, blöden GTA 5 Accounts... 3-2-2! Ich hab' auch gedrückt! Mann! Das geht über den Zuschlag! Du musst auch zielen! Du musst auch zielen! Ich komm' mir grad zuvor, als bin ich der Einzige, der hier noch in dem Scheiß-Labyrinth rum! Ne, da ist noch jemand! Ne, ich bin die ganze Zeit im Labyrinth! Boah, hat's mir Kopf geklärt! Alter, wir fährten hier mit'n Fahrzeug rum! Naja! Natürlich denn! Ah! Wer sonst? Wer sonst? Wer schießt denn hier, Alter? Ich hab' schon mal gesehen! Ich so... Hä? Wo warst du denn? Nein, 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 nein! Oh, du Scheiß-Sitter! Ja, Alter! Du Trick! Das küsst doch nicht! Aber ich bin kurz vorm Abnummern. Boah, mein... Woa, Alter, wir schießen! YouTuber und... ähm... Streamer leben halt von der Community. Und deswegen... ...wie ist das so sehr wichtig. Hehehe! Wer war das? Also, er hat sich da umgecampt. Hab' den Camper verhauen. Ja, ich will eigentlich die GZ-Blache nehmen, aber dann warst du auch im Weg. Ja, stimmt! Unternimmst mich oder what? Ne, ich sterb nicht. Hehehe! Hehehe! Boah, von hinten! Das Ding, das Spiel bricht ab, da saunt alles weg, alles still und er von hinten. Habe ich mal eine Wette gewonnen? Ja, ja. Ich finde, diese Fond ist super geil. Unverdient, unverdient. Ja, und Dali hat sich die ganze Zeit oben auf dem Dach verkennt. Alter, was hast du die ganze Zeit? Ach, auf jetzt. Beweise. Also Oliver, du bist schlechter als Luna und die ist Level 4. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin vorvorletzter. Was nehmen wir jetzt? Hier, da wo Gabax ist? Ja, sieht interessant aus. Liebe Leute, ich bin... Aber das ist nur 4 bis 12. 4 bis 12, stopp, zurück, zurück, zurück. Was hast du? Ich sag vielen Dank für die Einladung. Das hat richtig Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ich muss leider los. Alles klar. Mach's gut. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, tschüss. Was ist denn überhaupt mit The Culling, fragt der Gordon Freeman. Die haben vorgestern über Nacht raus, ohne ein Wort zu sagen, es hieß die ganze Zeit, das kommt im August raus. Und dann haben die das einfach released. Aber ich hab ein Key. Also ich werd... Ach nein, nächste Woche bin ich nicht da. Ähm, sind jetzt überhaupt alle drin? Aber hat das überhaupt einer? Hat das noch irgendjemand? Nee, war... Was ist denn das? The Culling. Ich hab's nicht bekommen. Ich hab's nicht bekommen. I'm ready, I'm ready. Es sind alle drin. Na dann, sieh durch. Sieh durch. Da würde ich jetzt auch noch ne Runde spielen. Aber... Ja. Warum, du hast's doch. Deine letzte Woche. Ja, alleine ist's ein bisschen schlecht. Super. Ich kauf's nur schnell, das Spiel sah gut aus. Ich hab's nicht. Nee, das sah nicht gut aus. Was heißt, das sah nicht gut aus? Ähm, ne? Es ist so ein bisschen wie... Äh, wie heißt das Spiel? Ähm, Infestation. Was? Oh, um Gottes Willen. Das ist der Urstein der Hölle. Der, der, der Scams. Auf geht's. DigiZ, die beste, die beste Chatnachricht. Das ganze an. 13 Euro, direkt zum Schlag. Culling mit Community. Ja, Tee, so nah am Air. Culling mit Community. Na, Ninja will mitspielen, wenn du n key gehst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, ja, komm, Riggs. Ich stöte dich. Warum stopfst du dich? Du stopfst nicht. Soto Chris hat leider keine Keys. Das ist ja nicht. Wir bekommen ja keine Keys. Ich hab' alle einzig bekommen. Ja, reicht doch. Oh, nein, nein, ich hab' mich schießt. Oh, Entschuldigung, schau'n! Ich bin ja krass. Oh, sterb jetzt, endlich. Ich bin ja krass, Junge. Mann, ich hab' keine Waffe. Klar, bist du. Entschuldigung. Hillen, du musst sterben. Aber gut. Für mich nicht. Du musst gnadenlos sterben. Nein, bitte mich nicht jagen. Bitte mich nicht jagen. Ich will den Frauen nicht schlagen. Ah, wer war das? Ich hab' Burschua an. Oh, was kriegst du denn wieder? Ja, ich auch. Was soll ich denn sagen? Ja, ich auch. Ja, guck doch meinen Charakter an. Hab' ich jetzt noch nicht gesehen. Achso. Ich bin schon dreimal gestolpert. Ehrlich, ja, ich stolper ja auch die ganze Zeit. Boah. Was ist denn mit den ganzen Zuschauern, die eigentlich keinen Kommentar abgeben? Schreibt einfach mal ein, ähm, Hallo. Das geht ja nicht, wenn sie nicht angemeldet sind. Boah. Oh, das ist auch so ein Glück. Es gibt ja auch viele, die unangemeldet in Zukunft kommen und schreiben. Ach, Mato. Da müssen wir euch anfangen nochmal. Alter, Darlay. Darlay. Darlay cheatet. Der hat ein Aimboard und Wallhack, ganz klar. Ich hab immer... Warum sollt ihr eine Wand hacken wollen? Ich hab so... Ich hab so... Genau. Der hat doch gar keine Spitzhacke. Überraschung. Ja, Fäden. Der hat da gar keine Spitzhacke. Sabi. Sabi. Nöd. Da hupt das einfach hier. Oliver. Schreib ruhig im... Was? Nein. Nein, ich bleib nicht stehen. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich da nicht von dir erschießen. Achso. Ne. Geht doch gar nicht vor. Außen nichts, der Kopf geplatzt. Wahnsinn. Hallo und alle. Von... Polarwolf. 9510. Rewana hat mich gerade... Ah, jetzt die gezählt. Jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt bist du dran. Jetzt. Nein, 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 nein. Ja. Oh, scheiße. Ah, ich hab ihn endlich. Ich hab ihn endlich. Noch 20 Minuten. Oh. Alter, ja, mit... Ja, Stromgewehr. Neu. Läuft bei dir. Alter, schieß voll vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Wiss. Jetzt muss ich hier alle einmal unterbrechen. Lass mich hin, oder was? Lass mich hin, oder? Mann, 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 Mann. Das ist ein Problem, dass... Ich glaub, meine ist gar nicht klar. Ich glaub, meine macht mich gar nicht klar. Ich find die Lache so geil. Das war... Das war das... Ich hab dich gewinnen lassen. Boah. Boah. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Nein. Haber Gegner. Ist voll laut. Aber danke. Fühl ich mich ein bisschen besser. Nein, nein, nein. Nein, da ist wieder DGZ. Nein. Zick, zick. Da hat er mich unter Schroten... Ich hab ihn zu spät gesehen. Oh, der ist er, ey. Ach, der ist selber. Ey. Um die... Um die Ecke kommt er rumgeschossen. Die Sau. Dadurch Gabax jetzt umgefallen ist, hab ich ihn nicht gesehen. Bin umgefallen? Ja. Und so ganz... Komisch. Ach ne, ach ne. Ach ne, weg hier. Oh nein. Nein, nein, nein. Geh schnell weg, komm. Du hast... Du hast deinen Chatten mehr im Bild. Komm, schnell. Ich lass dich laufen. Guck mal. Ach nein. Entschuldigung. Entschuldigung, ist das, wie ich mein' ... Nein, Frau. Okay, glaub ich, ich hab die richtige Taste gedrückt. Das Entschuldigung macht's nicht besser. Ach, schade. Schade, ich dachte. Hast du gehört, Chris?